Keine Ahnung, was hier wieder los ist. Egal, ich tausche dir ja sowieso im Februar um. Kriegst du das Rauchen aus? Willst du nicht mehr in die Party rein, oder was? Bei mir bist du nicht drin. Bei mir ist Thomas drin und Chris. Ich kann dir sogar beitreten. Ich trete mir jetzt einfach mal bei dir bei. Und jetzt sind alle drin. Geil, Alter. Best Game ever. Das ist der Wahnsinn. Bei mir habe ich bei Posteingang Anfrage einen grünen Punkt. Wenn ich da gucke, da ist gar nichts. Ich muss auch aussehen. Siehst du aus? Na, Mann, Mann, Pomi. Ja, wie er aussieht. Ich bin mir. Ich habe schon diese neue Map bei Warzone gezockt. Diese Insel. Diese Insel, oder was das ist? Nee, bis jetzt nicht. ja so ist das sind bei mir alles die party raus bin ich rausgegangen ich weiß nicht was es ist was zu dir ich höre irgendwie alles doppelt ja bitte mein schatz ja 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 Vielen Dank. Krieg. So, hier hat man ja immer andere Klassen. So. Das Sturmgewehr. Nehmen wir die doch mal. So. 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 Bei Zombie Modus gibt es auch andere Fadenkreuze. Da ist nur die Farbe anders. So viel Müde haben sie da rein investiert. Bis jetzt. Ja, Piero. Nur eine andere Farbe, wo das ist. So. 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 Aber. So. So. Einmal. So. So. Ich stelle die Klasse ein aus. Dün, 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 ja. Thomas hat das ja bestimmt auch schon geschafft, ne? Das hat mir modus, oder? Hat er doch. Mhm, hat er gesagt. Zombie-Modus hast du ja auch schon beendet, oder? Komplett. Naja, du hast komplett der Ende. Mit dem Dicken da, den musst du ja beschützen zum Ende hin und dann. Ja, du hast. der ist host marios er macht doch ruhig ich bin du meinst du das womit ich dann rausgeflogen bin aber das war ja am anfang das war zum anfang gegen das games aber ist egal also deine waffenlevels auf jeden fall auch tarnung und sowas kriegst du dafür auch oder battle pass punkte und so ein kram du gehst auf vorgestellt er 1 und dann kannst du das auswählen die map die ist nicht schlecht für diamant oder was also so 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 das ist nur für eine große welle wenn du so viele hinter dir hast dann fetzen die einmal richtig weg kannst du die zeit gewinnen mario ist wieder unterwegs und klaut sachen richtig richtig es 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 Ttu 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 Jetzt mal die Kohle behalten Mario war das, ne? Ne Thomas Und er hätte die Tür jetzt aufgekriegt Chris kann die nächste Tür auf. Laut Abwehrdienst dürfte hier sonst niemand sein. Unsere Informationen waren richtig. Überall Ausrüstung der Omega. Sie haben hier irgendwas gemacht. Und es hat Portale auf der ganzen Welt geöffnet. Sehen Sie das auch so mit der CIA? Hey, allen Großen und Ganzen. Mein Kontakt hat vielleicht ihr Leben für weitere Informationen gegeben. Projekt Endstationen war ein misslungenes Nazi-Experiment, das 1945 eingestellt wurde. Die Sowjets haben sich draufgefunden und versiegelt. Wir wissen mehr, wenn wir den Strom einschalten. Ich hab bei mir einen markiert. Ja, da kommen ja sowieso noch. Das ist eine neue Welle. Da kommen noch einige. Habt ihr bei euch noch Zombies? Alles klar. Ja, wir sind alle tot. Man kann wohl sagen, das ist, was die Omega-Gruppe untersucht hat. Verdammte Scheiße. Sieht genauso aus wie die anderen. Ich bin hier oben, ja. Mit wem sprichst du? Ich versteh dich nicht. Ich hab auch schon die Sicherung geholt, ne? Maschinen-Teil hab ich. Komm her, du Kack-Buhn. Zack. Was zur Hölle war das gerade? Wenn ich das richtig einordne, glaube ich, das Einsatzteam hat eine andere Dimension betrifft. Hast du Schiss oder was gegen die Hunde? So, ich geh zum Flugzeug. Es muss einer zum Spawn. Durch welchen Tunnel? Ich geh durch den Äther-Tunnel. Einer muss zum Flugzeug. Wer geht zum Flugzeug? Das Er tickt voll aus. Ich frag doch nur, wer geht zum Flugzeug. Sehr schön. Beim Flugzeug müsste das zweite liegen. Hast du? Sehr schön. So, ich hab das dritte. Die ist immer noch da. Die ist immer noch da. Das ist unser Glückstag. Wir haben neue Befehle vom Direktor. Wir sollen den Dimension-Test schließen, um die Ausbreitung zu verhindern. Vorschläge? Ich sage, wir schalten das Zyklotron aus. Er hat doch die ganze Zeit rumgechillt. Er wollte ja nichts machen. Ja, ja, ja. Ja. Mario hat doch extra unten am Tisch gegammelt. So, das Tagebuch hast du gerade eingesammelt, ne? Ich hab den Dicken hier, deswegen. Ich hab's gestattet. Ich schließe mal Barrieren. Welchen Riesen? Nee. So weit waren wir noch nicht Runde 30. Gestern waren wir 25, glaube ich. Ja, ich schüttel. Die Spieler, meinst du? Na, das sieht man sicher nicht in jedem geheimen Nazi-Bunker. Ich bin zwar kein Wissenschaftler, aber vielleicht kann man hier die Hirnfunktion von, äh, Untoten wiederherstellen. Nein, da oben kriegen sie keinen, oder? Nein, da oben. Ich kletter da immer so hoch, ne? Hatte ich vorhin auch, dann bin ich auch da hochgelaufen und bei dir habe ich es gesehen. Da sind oben, im Tunnel bist du gearscht. Von den Dicken brauchen wir die Schlüsselkarten. Ist der Dicke bei euch? Der Dicke bei euch. 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 Was hast du denn für ein Outfit? Hast du das gekauft oder was? Dein Outfit hast du das gekauft oder was? Das ist so ein Schwatten mit komischer Brille und Maske und... Er ist ein Brauner, alter Kollege. Ist doch kein weißer. Ist ein Brauner. END DIN DIN Okay. Das Arschloch mit Damage gemacht. Scheiß Köter. Wer liegt denn? Ja. ich muss doch erstmal chris aufheben da ist er doch ich darf kein zombie leben lassen hat er den bomben schon angeschossen? hat der dicke den baum jetzt getroffen? ein zombie hast du mario? du musst ein bisschen weg gehen jetzt hat er getroffen jetzt könnte er den killen was aufheben kannst du ja noch nix aufheben da musst du ja gleich die flasche darunter stellen die kann aber mario erst mit der einem pistole runterschießen ich mach keinen damage ich muss runter ich muss mir definitiv pack and punch tun das bringt gar nix schon dreimal zu viel wie er hier am spazieren ist so waffe einmal gelevelt und einmal pick and punch dann musst du eher eins drücken 500 teile glaube ich erst einmal zweit einmal 1000 und dann brauchst du die anderen punkte dafür ja 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 schnitzel ich schnitzel sie halten immer noch so viel aus einer ist tot sehr schön haben wir die karte mario hier sind stimulantien wenn einer will wir müssen zum spawnen das aufgemacht was kannst du nicht holst dir pack und punch aber machst die tür nicht auf oder was ich hab sie doch aufgemacht hier unten ihr müsst zum spawnen hier runter ne 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 ich hab die tür offen überbrochen komm hier zum spawnen runter das dahinten ist eine geldverschwendung jetzt beschmeißt er dich mit kacke das macht ja richtig mario da gebe ich ihn der wirft auf dich mit kacke wir können jetzt aber töten es dauert ja noch ein bisschen bis sie kommen jetzt kommt einer hinten links die kommen jetzt von hinten jetzt macht das arschloch mit der mensch warum die Das war's für heute. jetzt können wir rein ich sterbe jetzt ja weil ich liege wir müssen rein die maschine ist an die müssen rein ich kann nicht wirklich bin tot die maschine geht nur einmal an die kriegst du nicht nur man ja ja Was ist das? Also von, wenn ihr fertig seid, könnt ihr da rein, ne? Dann kann ich anmachen. Ich bin direkt an, an der Fernbedienung. Ich mach jetzt an, ne? Warum ist meine C4 nicht explodiert? Mein C4 ist einfach weg. Ja, ich hatte ja C4 hingelegt im Bundle. Ich wollte das in die Luft jagen, wenn alle eingesogen sind. Hier sind welche. Hier ist der letzte. Ich wollte das extra für die Überlebenden, dann wolltest du die in die Luft jagen. Ich geh und tu das Glas drunter. Ja. Na. ich glaube ich koffer anschließend das mit dem unterm flugzeug die 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 sicherung also die flüssigkeit ist fertig dann gehe ich runter dann kann ich gleich dass die anomalie starten wenn du da bist wer ist das denn alter kann ich starten oder alles leiden stattig ja aber das dauert ein bisschen ja jetzt habe ich den dicken hier bei mir warum kommt er zu mir der affe da unten ist der dicke thomas den brauchst du nicht töten das ist nur eine verschwendung ich habe eine juggernaut cola gefunden sehr geil ich habe ein kristall kaputt gebuxt und habe juggernaut bekommen juggernaut cola ach mario machen wir gleich wieder hier die wie heißt diese aufträge das habe ich jetzt vergessen die kannst du hürden und dann kannst du dir legendär eine legendäre waffe oder legendäre sachen abholen das sind die wunderwaffe ach so cool das ist nice für die fürs ändern hast du alle geschafft oder was soll ich die anomalie jetzt hier oben starten oder du hast keinen schlüssel für die kiste oder kugeln helfen da sicher auch nicht ist gestartet nice der glitch hat geklappt ich habe jetzt eisschuss umsonst volle pulle sie ist hier an meiner waffe links da siehst du dieses dinge wie diese pulle da die da am leuchten ist mit dampf siehst du die nicht hier so von mir linke seite das ist jetzt eisschuss volle pulle siehst du die kiste und sowas alles auf die kisten und sowas alles auf die kiste und sowas alles auf drei und es wird versuchen um zu bleiben was wenn es geht hier ich guck mal gleich ob man mich hier erwischt jetzt war ich oben jetzt komme ich da nicht mehr hoch doch jetzt jetzt habe ich es wieder welche aufgabe wir genießen den schnee vielleicht ist ja vielleicht ist ja ein hund dabei dann können wir den ja trotzdem runter bringen vielleicht haben wir ja glück ist doch hier oben drinnen bei mir hier oben bei uns im haus ok aber der trifft mich hier drinnen hier drinnen hier hier belohnung verfügbar ja bitte richtig du hast meine granate geklaut meine semtex belohnung verbessert selten ich starte schon mal ich lauf runter mach die neue aufgabe ich bin aus versehen auf die bombe gekommen der ist hier bei mir ne ganz unten ganz unten ganz unten wo wir den strom eingeschaltet wo wir den genau der ist direkt oben am hebel also ich bin da ich glaube oben die treppe zählt auch schon wenn du hier die treppe hoch gehst ja der muss nur drinnen bleiben ich habe ein fenster für eine rubschrauber evakuierung abgeschlossen verfügbare belohnung geheimdaten aber ab dann steht nur geheimdaten aber meine andere ist weg oder was ich habe keine Muni mal Kannst du doch jetzt her? Hint hat jetzt schon letzter, ne? Evakuierung nicht mehr möglich. Ich melde mich, wenn Raptor 1 wieder in Reichweite ist. Ich hab... Ich hab mystisch. Ich hab mystisch. Ja, rot. Ehrlich, bei mir steht mystisch. Ich hab rot. Ich hab meine abgeholt, ja. Pack and Punch brauch ich noch ein bisschen für Stufe 2. Ich würd davon erstmal nichts kaufen, solange du davon nichts gelevelt hast. Weil sonst bringt das gar nichts. Wenn du Kristall gekauft hast, dann ist ja Stufe 1. Damit hast du ja Stufe 1 gekauft. Dann machst du 10% mehr Damage und du frierst die schneller ein. Also die werden so Stein... äh... Frostbolzen. Also für mich lohnt sich das. Ich find, das ist extrem. Und erst recht, wenn du die Waffe zweimal gepanscht hast. Ich hab auch noch nicht alles. Noch nicht töten, ne? Aber Mario bleibt alleine da. Dann kommen weniger Hunde. Hunde. Und wenn wir oben hier zu dritt sind, dann... Dann kommen die meisten zu uns und einer kommt nach Mario oder zwei. Er verarscht ihn. Er lässt ihn da hochklettern und springt einfach... haut einfach ab. Thomas, du bist... du bist aber gemein, ey. Achso, ich lenke ihn ab. Komm her. Der Juggernaut. Juggernaut und Wiederbelebung lohnt sich. Juggernaut und Wiederbelebung. Juggernaut ist oben. Hier. Hab ich ja. Drei. Pass auf, ist hinter dir, Zombie. Pass auf, der kommt, Thomas, ne? Ja. Hast du denn die Luft markiert, oder wo? Ach da. Ach da. Bist du ready? Geht los. Die 13. Ist die Hunderundung, oder? Das weißt du. Doch. 13. Das ist sieben und dreizehn. Hörst du Musik? Hörst du denn bellen? Also. Da, Zombies. Aber da kann einer bei sein, ne? In der Runde. Da ist sogar einer bei mir. Ich bring ihn runter. Ich bring ihn runter. Ich bring den runter. Kommt. Kommt. Da ist er doch. Komm, Hundi. Ein Hund ist bei mir. Und Thomas. Komm, Hundi. Komm, Hundi. Komm, Hundi. Komm, Hundi. Komm, Hundi. Ich hab Knochen. Komm. Komm, Hundi. Da ist er doch. Und, und, und. Zurück. 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 Hier rein. Hier hinten hin. Weil er muss jetzt zu mir springen. Ja, sauber. Hat funktioniert. Können wir einen Zombie am Leben lassen? Ja. Kannst du doch mit Kabel wieder anschließen, ne? Du hast den Zombie bei dir, ne, Mario? Okay. Dann lass den bei dir am Leben, Mario. Ja. Ich versteh dich gut. Ja, das ist gut. Das Mikro habe ich schon gehört. Ist richtig gut. Ist in Ordnung. Kannst ja per Strom jetzt anschließen, ne? Hast jetzt ein bisschen Zeit. Kannst ja, brauchst du nur noch da oben die, äh, die Munition aus der Kiste holen, ne? Weil ich habe dir die Flasche schon eingesackt. Normalerweise kannst du sie benutzen. Ich komme runter. Komm du hier hoch. Ich habe die Kiste schon auf. Kannst du die Muni rausnehmen und loslegen. Na komm, Zombie. Put, put. Jetzt würde er mich mit Scheiße beschmeißen, Herr Schmierwitz. Oh, dann kommen jetzt Hunde, ne? Ich würde sagen, wir machen, machen wir bei Hunde die Mission an. Belohnung. Mach mal ruhig. Dann kannst du den Zombie schon rausholen, ne? Und den abknallen. Und schießen lassen. Hast du eine Granate? Gut. Weil das kannst du jetzt dann schon machen. Ja. Dramatisch. Auf jeden Fall. Aber ich... War das diese Dimension oder die andere? Jetzt geht's eh in die andere. Mario holt jetzt einen Schraubenschlüssel und benutzt den dann, äh, bei dem Panzer. Dreimal. Dann kommt so ein Typ da raus. Und dann kannst du, äh, eine Granate an den Panzer werfen und dann schießt er eine goldene Kugel vom Baum. Die brauchen dann für unten fürs Gerät später auch. Die brauchen dann für unten. Na komm. Zombie. Ja, hab's noch geblübt am Leben. jetzt tot ich wollte gerade ich will jetzt auch irgendwo und kann es haben panzer anwenden ja schade ich habe das mit dem panzer gemacht hunde musste eine granate werfen ich habe leider keine granate aber das läuft eh aus zum lachen waffenlabor ist unten ich gehe da hin muss nur einer eine granate auf das ding werfen auf dem panzer ne ich habe keine granate weil du das vielleicht nicht voll hast da muss eins stehen was waffenlabor hier hier oh das ist sogar ein dicker den brauchen wir wollen lassen wir den am leben hier 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 das reicht mir ich liege sehr schön hier hier hätten wir auch später mal mit michael ruf mich an belohnung ein kristall hier so ich gehe mir aber eben noch auf noch Vielen Dank. 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 Bei Kaserne Geheimdaten, also bei mir habe ich EXO Element 1, Outwear abspielen, Geheimdaten nicht gefunden, die Maschine habe ich nicht gefunden, also jetzt erste Season, es gibt ja mehrere Seasons. Und exklusiv habe ich Dateien nicht gefunden. Omega habe ich da gar nichts, 4 Season habe ich auch, da fehlt mir Geheim, Geheim habe ich gar nichts. Also habe ich zwei Sachen, einmal für Mütterchen Russlands, der Freiwillige Vorsaison und Geheim. Season 1 habe ich nur Wendepunkt und nächste Phase. Explosiv gar nicht, Vorsaison habe ich alles bei Maxis, Season 1 habe ich alles und freigegeben ist nie was. Dunkel Äther habe ich exklusiv gar nichts, vor Saison gar nichts, hier sind eins habe ich alles Geheim. Da habe ich alles Geheim, das ist halt jetzt die letzte Saison, die jetzige. Und da habt ihr alles. Und da habt ihr alles, oder was? Bei Dunkel Äther. Also wie gesagt, Dunkel Äther habe ich gar nichts. Da fehlen mir Audio Log Bücher, die zwei Dokumente fehlen drei und Funksprüche fünf. Mario hat die Party verlassen. Soll ich dich einladen, Mario? Könntest du jetzt nicht beitreten, Mario, oder? Wenn wir können auch eben zu dir über switchen, ne? Also jetzt kann ich, bei dir kann ich nicht beitreten. Ich seh dich noch nicht. Ich bin jetzt extra einmal rausgegangen, wieder rein, aber bei mir ist nur Thomas. Thomas. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt einfach starte, ob das... Ich bin jetzt schon einmal rausgegangen, jetzt mit dir sogar. Jetzt... Jetzt gehe ich gerade wieder rein. Bei mir ist Thomas noch drin. Nur Thomas. Ich? 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 Ich so eine Zunge. Wir können eine Runde starten. Wäre ich. Also bei mir sind wir noch zu dritt drinnen. Jetzt verlasse ich mal die Party. Und tritt nochmal bei. Er sagte, wir können ruhig schon mal eine Runde starten. Dann musst du noch irgendwie was erledigen oder was? Dann muss ich noch mal eine Runde starten. Die liegen bei FIFA schon hinten. 2, 0, 4, 2. Ich muss jetzt wieder nachjoinen. Ihr seid ja sowieso noch nicht in der Map. Ich steig gerade aus dem Heli. Bewegung, Leute. Erkundet die Einrichtung und schaltet alle Feinde aus. Der ist der S, oder was? Achso. Hip-Hop oder was? Was für ein Scheißdreck. Nazi-Experimente, Dimensions-Tore, die Untoten. Verdammt, es muss Weihnachten sein. Wir sollten dort die Rienlose kaufen. Quellen zufolge ist dieser Ort Ground Zero. Hier ist der Ursprung für das, was gerade auf der Welt vor sich geht. Team, finde deinen Weg hinein. Gehen wir zu einem Granat-Helfen. Gehen wir zu! Bist du da? Bist du da? So, hast du oben schon aufgemacht, Marius? Ich würde sagen, ich mache gar nichts auf. So richtig scheiße. So richtig scheiße. So richtig scheiße. Schlafzimmer. Unten habe ich schon eine Tür offen. Nein. Oder? Haben alle noch überlebt oder so? Ich habe auch keine Muni, die kommen jetzt alle hier hin. Ich gucke mal, ob ich hier Geheimdaten finde. So richtig scheiße. 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 Fuck Ist da nicht mal irgendwo Munition drin, Alter? Ich habe keine Kugeln, ne? Ich mache mal Barrikaden Die Kommunikation steht wieder. Wir dachten, wir hätten euch verloren. Was ist passiert? Wo waren Sie? Den Daten zufolge sind Sie in die andere Dimension gereist. Das ist schon ein Lichter ausgeschossen aus. Ich muss hier runter, ne? Sind ja eh schon alle hier, ne? Ich muss hier nicht aufhören. Ich muss hier nicht aufhören. Ich muss hier nicht aufhören. Das war's. Das war's. Ich hab ne Waffe bekommen. Mmh, legendärer. Ich weigere mich aufzugeben. Ich weigere mich aufzugeben. Ich darf, ich muss mal laufen. Ich weigere mich aufzugeben. Oh. Das können wir jetzt auch immer noch machen. Jetzt kommen Hunde. Ich hab keinen, kannst nur boxen. Jetzt boxen, meinst du? Ich hab auf jeden Fall ne Belohnung bekommen. Ich schliege. Und hier ist, wenn einer will, ja, maximale Muni. Das ist Teamwork. Oh, der Dicke kommt. Komm Dicke. Ich lass maximale Muni nochmal inwiegen. Komm Dicke. Das Ding ist aktiviert. Auf dem Hof. Was ist hinten, ne? Ich komm. Ich komm. Oh, 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 oh. Erstmal durchrutschen. Komm runter auf den Hof, müssen wir. Lass sie leben. Hier ist doch einer. Da kommt er doch rausgekommen. Wow, der Dicke ist auch hier, ne? Er zerfetzt erst mal alle. Ich hab das gesehen. Müssen nur einer am Leben sitzen, ne? Ist der letzte, glaub ich. Boah, die macht richtig Damage, die Waffe. Also die Karte und so, haben wir alles. Ja, ja, ich lauf im Kreis. Was runden. Schönen guten Tag. Zwei Waffen legendär und Pack'n'Punch, Alter, das wird krank. Müssen wir nur einer am Leben lassen, ne? Hast du bei dir unten noch einen? Ich würd' sagen, wir lassen... Oh! Ich bin in die Bombe geraufen, tut mir leid. Ich bin aus Versehen reingelaufen. Meine Schuld. Gucken, vielleicht kriegt man noch mehr. Ich warte jetzt einfach mal hier. Oh, ich muss hier raus. Was ist denn hier los, Digga? Ich hörte die mal. Ich hab' nicht mehr viel Muni, pass' auf. 92 Kugeln. Wo ist der letzte? Hinter dir. Ich markier' ihn, lass' ihn. Kommen da bei Thomas noch welche? Ich helf' ihm eben. Ich hol' mir erst mal die Belohnung, dann Pack'n'Punch. Mit der legendären Waffe, manchmal Pack'n'Punch. Also ich hab' ja sowieso zwei, von daher... ...ma ich beide Pack'n'Punch. Das ist hart, hat's sogar schon einmal Pack'n'Punch. Ich hab' mir schon mal, äh, die neue Rüstung gekauft. Nee, behalte' ihn ruhig. Behalte' ihn ruhig. Ist doch geil, dann haben wir zwei. Deswegen behalte' ihn mal ruhig, wenn du sie behalten willst. Ich bin mal gleich gespannt, wieviel Damage die Sniper macht, bei den Dicken. Die ist ja schon extrem stark, ne? Ich hab' mir schon mal Juggernaut geholt. Hohle ich mir auch. So, schauen wir noch, ob die Schnellwegerbewegung läuft. Dann könnten wir jetzt gleich die Geräte einsammeln, ne? Geh' ich schon mal unten zum Tunnel und aktivier' den Löch, wenn ihr soweit seid. 3.000, ne? Seid ihr ready? Dann mach' ich unten, Pack'n'Punch. Das liegt auf dem Flugzeug, wenn du da hinten rum auf das Teil gehst, auf der linken Seite. So, ich starte, ja? Ja. Also, bei mir ist das erste Teil, ich heb' das jetzt auf. Ich kann noch zum Spawn gehen, ne? Ich bin gleich da. Bleib' du ruhig oben am Flugzeug. Aber am Spawn ist das nicht. Das muss am Flugzeug sein. Also, am Spawn könnte ich jetzt nix aufsammeln. Das war schon weg. Das hat schon einer genommen. Müsste schon einer genommen haben. Ich geb' ihn runter und bau' das fertig. Das Teil ist zusammengebaut. Neue Befehle vom Direktor. Wir sollen den Dimensionsriss schließen, um die Ausbreitung zu verhindern. Vorschläge? Ich sage, wir schalten das Zyklotron aus. Die dimensionale Verbindung zu Kappen ist unsere beste Chance. Ich hab' auch schon zwei Rüstungen, sehe ich gerade. Was ist denn bei mir? Was ist denn bei mir? Ich habe die Ausbreitung zu verhindern. Nähe. Er hat Punches aktiviert. You're my heart, you're my soul. You're my heart, you're my soul. You're my heart, you're my soul. 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 Findet er sich dann da oder kriegt schon Damage? Kommt der rein oder? Ich chill ja. Ich chill nämlich schon hier drin in die Ecke. Von hinten? Von hinten? Ich auch. Er wurde gespalten. Ich würde sagen. 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 Du bist ja schon oben, oder? Ich würde sagen. 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 Die müsstest du dann nachher einsaugen, hier. Ich nehme den Zombie mit. Wo ist er? Komm hier hin, Kollege. Hier. Ich springe ihn extra am Arsch. Komm runter. Komm her, Zombie. Das ist jetzt bei mir. Dann geht er hoch. Normalerweise kannst du loslegen. Ach, ich soll starten. Ich dachte, du bist unten. Deswegen startest du. Ach, Jungen. Du fauler Sack. Einfach da hinstellen, oder was? Das ist mir wohl bekannt. Das ist nichts Neues. Auf so'n Glas schießt. So, ich starte. Das ist mir, was mir geht. Ich stelle. Und das ist mir selbst. Ich stelle. Ich stelle. So, wo ist der Zombie? Da ist halt der Zombie Leuchtet die Birne von der Kiste Perfekt Was ist denn? Ich bin schon mal da unten Ich könnte gleich starten Dann starte ich Schon fertig? An den Kisten jeweils Hier zum Beispiel unten am Auto ist einer Hinten am Flugzeug Hier musst du hin Komm hier Thomas Weil die müsstest du normalerweise aufmachen können Hier auf dem Auto Und unten Ist ja diese Maschine Die wir vorhin angestellt haben am Computer Warte, komm mit Und dann musst du hier auf so einen Bereich schießen Hier Der ist rot extra Feuer Hier links Der ist rot wegen Feuer So Und jetzt müsst ihr noch nur eine Kiste holen Aber die kriegen wir noch nicht, ne? Lass mir den Zombie Geh Geh durch